Wer hat noch gar keine Runde? Erster Kampf. Nee, zweiter Kampf. Nee, 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 nee. Wolltest du gar nicht so zu tun. Let's go. Oh, ein feiner. Nicht gut, aber fein. So, erster Wundertausch-Zauberkampf. Seid ihr bereit? Weiter Wundertausch-Zauberkampf. Seid ihr gehalten für den ersten Zauberkampf des Tages? Für den zweiten Wundertausch-Kampf. Der ersten hat Baluja erfolgreich gewonnen. Nee, es gab keinen ersten. Warum kannst du keinen attacken? Ja, nächstes Mal nehme ich das Gecheatete mit. Ich glaube auch. Hallo, ich habe gerecht und fair gewonnen. Kannst du einfach mal gönnen. Es war so traurig. Wenn du nicht gecheatet hättest, glaube ich nicht, dass das gereicht hätte. Doch, doch. Dankeschön, Chase. Dankeschön für das Pokémon. Hast du was Gutes gekriegt? Nee. Ich sage trotzdem Dankeschön, weil es ist höflich. Auf geht's. Gib mir ein gutes Pokémon. Ihr habt heute noch nicht gekämpft. Bin da. Ja, erster Kampf heute. Oh, Müll. Nix da, nix da. Ich habe Müll bekommen. Ist das nicht schön? Richtig schöner Müll. Nee. Schön, schön. Am besten alle Punkte auf mich setzen. Aber das ist halt wirklich Glücksspiel hier. Man weiß nie. Also bis jetzt läuft es noch nicht so gut, fürchte ich. Keiner freut sich immer darüber, wenn ich gewinne. Was soll das? Ja. Weil spiele ich nie wieder mit dir. Traurig für dich. Niemand freut sich für dich. Ja, warum denn nicht? Traurige Geschichte. Oh, ihr könnt hier jetzt auch wetten. Yay. Ich weiß halt nicht, ob es nicht cleverer ist, auf Balui zu wetten, weil der hat immer Glück. Du hast doch die letzten Male, wie war das denn nochmal im letzten Mal? Wer hat mehr gewonnen? Ihr könnt feine Meowcups setzen, aber überlegt euch das gut, weil Meowcups sind fein. Und vielleicht habt ihr nachher nicht mehr so viele Meowcups wie davor. Aus drei getauschten, drei gecheatete Pokémon bekommen. Ja, das ist ja toll. Dann klingt sehr danach halt, wenn alle Arceos spielen. Machen Sie bei Arceos auch Zaubertausch rein? Dann können wir Zaubertauschkampf bei Arceos spielen. Ich glaube nicht. Leider nicht. Kann man da überhaupt gegeneinander kämpfen oder kann man nur tauschen? Okay. Vielleicht heißt es wie im Englischen so. Komm schon. Jetzt war es richtig Gutes. Ich spüre das. Es tut mir leid für alle, die auf mich gewettet haben. Es sieht nicht gut aus für euch. Wir müssen nächstes Mal wieder Snom-Nom streicheln. Das geht ja so nicht. Da ist Mülls-Nom-Nom. Ich streichle Mülls-Nom-Nom, weil Mülls-Nom-Nom ist fein. Snom-Nom streicheln muss man, sonst verliert man mir. Ja, ich weiß. Ich habe es vergessen. Tut mir leid. Ja. Danke, Max, dass du mich anfeuerst. Ich gehe mal davon aus, dass du auf mich gewettet hast. Erstmal wieder alles abdecken. Auf geht's. Let's go. So. Dann fangen wir mit ihm an. Bin er fertig? Hä? Was war das gerade? Oh, ich habe bei Louis' Team gesehen. Okay, gut, dass ich nicht richtig hingeguckt habe. Okay. Bist du bereit? Ja, ja. Okay. Okay, geht los. Max, ich will nur meine Punkte. Ah ja, ah ja. Ah ja, ah ja. Das ist natürlich clever, das so zu machen. Nein, mein Licht. Hallo Mülltütenman. Hm, na, machen wir das. Ja. Ja, bei Louis hat das Torp ist sabotiert. Ich glaube auch. Ja, vom Nebenzimmer aus. Oh nein. Du hast vergessen, Snom-Nom zu streicheln. Ich möchte meine Wette ändern. Das tut mir leid. Nächstes Mal. Oh nein. Oh nein. Wow, mein Angriff war wirklich gut. War halt ein Smog. Blah. Ein Smog. Hör auf, mich zu piksen. Pik, pik, pik ins Gesicht mache ich da. Pik nicht den Müll. Iiii. Pik nicht im Müll rum. Iiii. Ich könnte es ruhig mal verfehlen. Nein, danke. Na gut. Nein, Fögelchen. Oh nein. Das ist die Rache für mein Vögelchen. Oh, ich hasse dich. Hallo. Ich bin im Übrigen ein ganz kleiner, süßer Mammut. Ich hasse dich. Ich bin klein und süß. Oh, das ist nicht dein Ernst. Mammutel ist... Oh. Ja, illegal, illegal. 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 Das ist nicht illegal. Illegal. Mammutel. Nicht... Nee, nicht Mammutel. Doch, Mammutel. Warte. Wie heißt das? Warte, Keifel. Wie heißt das? Was ist das? Ist doch Mammutel. Ich bin so verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Brauch mich nicht. Doch, Keifel ist die zweite Entwicklung. Hör auf, mich legal bei mir in den Chat zu spammen. Ja, illegal. Oh, nein. Oh, nein. Das wird... Leute, das wird ein Massaker. Mammutel ist richtig. Okay. Das wird ein Massaker. Oh, nein. Das wird so fürchterlich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ganzes Team One-Hit. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Halt dich fest. Ja. Oh, du überlebt das sogar. Hui. Gut gemacht. Wow, das ist aber stark. Bärchen. Wenigstens haben wir immer ein paar KP abgezogen. Wow. Der war stark. Illegal. Illegal, illegal, illegal. Tschüss, Bärchen. Ich habe so ein süßes Team und was machst du? Ich habe ein süßes Mammut. Sag mal, ein süßes Mammut. Das ist nicht illegal. Ich bin illegal, Mammutel. Was hat Mammutel illegal? Seine ganze Existenz. Vorwarnung. Er so, oh, oh. Ich habe das Gefühl, etwas fürchterliches passiert. Oh, oh. Okay. Oh, davor hat es die Vorwarnung. Oh, nein. Es hat damit gerechnet. Es wusste, dass das passieren wird. Oh, es fiel nicht ein. Ja. Fein. Fein gemacht. Das hast du aber auch schon was ganz schön starkes dabei. Meine Güte. Mein Pokémon ist ungefähr hier von der Stärke. Baluis ist da. Hallo, ich bin eine kleine und niedlich und süß. Warte. Hast du das auch gehabt, zufällig? Warte, das kenne ich. Woher? Jetzt gehe ich Mondgewalt ab. Natürlich ist das schneller. Ich hasse es ja nicht. Meins war so lahm. Jetzt kommt das Comeback. Es tut mir leid. Ich glaube nicht. Oh, guck mal da. Guck mal das. Wenn es jetzt kein Kack-Pokémon wäre. Dann wäre das gut. Oh. Illegal. Immer bei Baluis illegal rein spammen. Das ist schon richtig. Nee, nicht mich verwirren. Das ist verboten. Ach nee, ist nicht verwirren. Das ist Konfusion, nicht verwirren. Ja, ja, alles gut. Oh, nein. Gegenstoß ins Gesicht. Oh. Ha, es hat überlebt. So fein. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Komm schon. Nicht krippen. Warte mal, hat es 68, 130? Sollte überleben. Ja, tut es. Ja, natürlich. Das war noch im grünen Bereich. Was war das für eine Rechnung? Mathe. Kann ich. Ja, was für Mathe? Ja, habe ich danach dann ausgerechnet. Die Chance, dass es dann beim zweiten Mal tot ist, ist sehr niedrig. Okay. Okay, Gang. Gang. Jetzt wird es eng. Ihr schafft das. Ich bin ganz sicher. Oh. Hallo. Auf geht's. Jetzt kommt das Comeback. Los. Gang Arbor. Gang Arbor. Klapst es ins Gesicht. Überlebt das einfach. Los. Ich hätte doch Gegenstoß machen sollen, aber ich habe nicht damit gerechnet. Respektstelle. Es ist so gut. Es ist so kompetent. Wow. Einmal geklapst, wer ist in der Leitung? Das war der leichteste Klaps. Das war halt wirklich nur ein Klaps. Das war nicht zugeschlagen, das war nur ein Klaps. Ferrosi da ist klar. Hallo. Ich bin mal Louis. Nicht mich angucken. Es hat dich ganz silbern angeguckt. Ja, das ist so schlecht übersetzt. Ich mache das so oft, damit mein Klaps dich dann one-hitted. Ha. Schon wieder geklärtet. Ich habe doch nicht einmal geklärtet in den letzten zwei Kämpfen, ja? Tut mir leid. Nicht einmal. Ewuldi. Hallo. Ewuldi, es tut mir leid. Das ist eigentlich fies. Es ist ja illegal. Das ist so illegal. Nicht mich einschläfern. Schlaf gut. Können wir einfach die Vorhersage so machen, dass Miri trotzdem gewinnt. Ah, ja, ja, ja. So geht das. Wow, ich mache ja gar keinen Schaden. Wow. Nein, ich will mir nichts wünschen. Ich wünsche mir gar nichts. Ich wünsche mir, dass Baloui nicht immer cheat ist. Ich hoffe, mein Wunsch geht in Erfüllung. Mann, nervig. Jetzt fluche ich mich hoch, Leute. Jetzt geht es richtig. Jetzt kommt hier. Richtig Action rein. Ja, hoffentlich mache ich einfach direkt auf. Wach auf. Und mein Wunschtraum. Let's go. Nerviger Scheiß ist das. Wach auf. Wach auf. Hör auf, dass Miri sich nicht hochfluchen kann. Let's go, Evoli. Wach auf. Wie wäre es mit aufwachen vielleicht an der Stelle jetzt? So langsam. Wach auf. Oh, nervt das. Du bist immer noch schneller vor allen Dingen. Hallo? Ja, also guck dir das Ding an. Das ist ein Boot eingekramt. Sag mal, geht es jetzt so langsamer oder dreimal schon? Jetzt müsste ich aber so langsamer aufwachen, oder nicht? Evoli for the win. Ja, let's go, Evoli. Alter. Ist klar. Bist du nicht mal langsam am Maximum dran? Das gibt es doch gar nicht. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber wird schon. Oha, illegal. Illegal am Arsch. Jetzt war es heute gar kein Schaden mehr. Toll. Ich mache das nicht, um zu gewinnen, sondern nur um Leute abzufacken. Aber Louis erst mal mit seinem Final ist klar. Weg mit dir! Stirb! Nein, Evoli! Es macht keinen Schaden. Nichts macht diesem Evoli mehr Schaden. Nie wieder. Nichts kann es berühren. Fluch! Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da durchkommen? Willst du mich verarschen? Also für Relay. Ja, let's go, Evoli. Oh nein, das wird nichts mehr. Das kann ich nicht gewinnen. Das kann ich nicht gewinnen. Let's go, Evoli. Das ist einfach ungesichtbar geflucht. Oh mein Gott. Beste Strategie. Oh nein. Das behindert. Ein Behinder sagt man nicht. Entschuldigung. Ist das blöd? Ja, ne. Ich war da auch nur drauf, dass er critet. Dann ist es vorbei. Aber so lange hat Evoli echt gut sich geschlagen. Evoli ist sehr fein. Hättest du das noch erwartet? Nein, aber ich hätte auch austauschen sollen eigentlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aha, aha, aha. Wow. Wow, ich habe Kacke gemacht. Ist das dein letztes Pokémon? Ja, das ist mein letztes Pokémon. Ich glaube, du gewinnst das. Ich glaube nicht. Oh doch, wow. Oh, ich glaube doch. Oh nein. Ah, aha, krette jetzt einfach. Du hast a coin for your Miri. Ja, ich glaube auch. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, Leute. Oh nein. Schlau gut. Ah, aha, aha. Ihnen selber schuld, wenn du auf mich wettest. Wenn ihr euch von Miri verarschen lasst. Wie von Miri verarschen lasst? Hä? Wo habe ich jemanden verarscht? Da war der Crit. Und er hat nichts gemacht. Ha, 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 ha. Miri kann eigentlich immer wieder Wunsch drauf machen. Ist wieder voll live. Ha, 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 ha. Oh nein. Das habe ich vorhin schon gelesen. Ist doch kein Problem. Brauchst doch nicht hervorheben und dreimal schreiben. Ist doch egal. Ist nicht schlimm. Schlaf gut. Das ist doch keine Pflichtveranstaltung. Geh, hau mir dafür, dass sie nicht hier... Anwesenheitspflicht ist hier. Nee, nee, nee. Das Evoli würde ich jetzt behalten und einrahmen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das müssen wir jetzt für immer behalten. Das ist halt richtig gemein. Oh, Mann. Let's go, Evoli. Ja, Fluchtaktik, beste Taktik. Fluchtaktik am Arsch. Das war's so gut. Und das ist, wie man ohne Luck in Zaubertausch gewinnt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich klopfe mir jetzt mal auf die Schulter. Okay, gut gemacht. So unverdient gewonnen. Das war's so verdient. Im Gegensatz zu allem, was du jemals gemacht hast, war das so verdient. Oh, Mann, ey. Wow.